Vor vielen Jahren fanden wir eine Frau, die blutete. Mein Vater und ich halfen ihr. Ich war damals erst ein kleines Mädchen. Trotzdem fragte ich sie, was los war und holte Tücher für sie. Die Frau fand es so nett und mutig von mir, dass sie mir seitdem jedes Jahr zu Weihnachten eine Karte schickt. Als ich 13 Jahre war, rätete ich mal jemanden aus einem See. Er hatte sich in einigen Pflanzen verfangen und ich halte ihm aus dem Wasser. Aber das finde ich nicht unbedingt mutig, ich finde es selbstverständlich. Mut ist, wenn man sich etwas traut, was andere sich nicht trauen. Oder wenn man etwas Neues ausprobiert. Nächstes Jahr reise ich nach Amerika, um dort ein Jahr lang zur Schule zu gehen. Das ist ganz neu für mich.